Hallo, ich bin's wieder, eure Sophie und heute stehen wir draußen vor dem Bambulant in Spandau und ich sag mal, wir gehen jetzt zusammen rein und dann müssen wir nach oben den Eintritt bezahlen und dann geht's los. Wir nehmen euch heute ein bisschen mit. Und ich sehe schon, das sind viele Treppen. Also, das sind schon ein paar Treppen. Oh nee, Echo. Oh, es sind ganz zu viele Treppen. Also, mal gucken, machen wir die Treppen schaffen. Okay, wir haben die ersten Treppen schaffen schon komplett. Oh, Bambulant. Wie ein Bambulant. Da steht's nochmal Bambulant. Aber ich denke, vielleicht sind wir da. Okay, nein, wir sind da. Hallo, das bin ich. Ja, wir sind jetzt im Bambulant in den Gewinne. Wir waren schon bei der Karte, haben wir alles gezeigt. Hier ist unser Schließfach und da kann man ein paar fahren und hier sind verschiedene Attraktionen. Hier zum Beispiel so ein kleines Pepe-Karussel. Ich muss ein bisschen lauter reden. Als erstes werden wir, glaube ich, paar fahren, oder Papa? Na ja, erstmal zeigen wir mal, mal gucken, was hier so alles ist. Okay. Komm, lass mal einmal rumgehen. Ja. Hi, das ist so gut. Und hier gibt es nur 30 Minuten. Okay. Super machen die Pl腳. 六 weil. Ich glaube... nicht nur 30 Minuten, du coolen, wohnen täglich dissertation. Papa komm! Komm doch. Komm, Papa komm. Na ja, dann musst du erst mal filmen. Und dann rutsche ich diese runter. Was ist Arom? Ich habe keine Ahnung, was da oben ist. Oh, das ist ein Rundbad. Sieht ihr schon mal? Das ist ein Rundbad. Mit Lichtern. Oh, aber ich glaube, das ist die für Kleine. Dann gehen wir wieder runter. So Papa, wollen wir das erste schon mal ausprobieren? Trampolin. Sollen wir das erste Trampolin machen? Ja. Okay. So Papa, wollen wir das erste schon mal ausprobieren? Dann gehen wir als erstes zum Trampen. So, warum genau so wie ein Rundbad? Wenn wir das nächstemuss mit einem Monat in der Küche mal sehen. So ist es schon mal. So war es, dass wir die Küche nicht wiederfinden haben, denn des hier ist ein Rundbad. So kam auf. So kam auf. So kam auf. So kam auf. So kam auf auf zu. So kam auf den Wind. So kam auf. jetzt weiter so und wie war es trampoli es kostet 1 euro und da vorne sind schon die autos hier habe ich 1 euro und hier kriege ich körper papa welches nimmst du? ach dann nehme ich dieses ok jetzt muss man erstmal ausfallen und Leute hört mal zu man muss das Geld also man macht so dann muss man das Geld hier reinschmeißen geh rein 1 euro steht ja auch hier ok erstmal werden die die russ schieb dich mal ein bisschen ok ok ich mach rein und du rein ok da hier ist Gas muss man zeigen wo Gas ist hier ist Gas hier genau dann schmacken ok 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 we ok 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 Schneller, 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 schneller. Ah, sieht gut aus. Das ist so schön. Hast du ein Unfall gemacht? Oh, ist zu Ende. Ey, wollen wir nochmal? Später. So, jetzt gehen wir dann nach oben zu den Attraktionen. Dann kommt ihr mit. Wo ist der Eingang? Hier, glaube ich. Ja, hier ist der Eingang. Okay, wo ist voll mit der Eingang? Wir waren richtig. Ey, hier können wir jetzt immer rutschen. Nein, da geht es nicht. Nein, ich habe Angst zu rutschen. Auch wenn sie so klein sind. Okay, ich will nicht rutschen. Aber da können wir irgendwie hochgehen. Und dann zack, 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 zack. Und dann sind wir irgendwie oben. Ich gehe schon mal rein. Okay, ich komme mit. Ich bin schon oben. Einmal hier und einmal hier. Was ist denn das? Einmal hier und einmal hier. Zwei Eingänge oder wie? Und wo gehen wir hin? Wir teilen uns auf. Und hier ist die Rutsche. Eine kleine Rutsche. Ich habe Angst. Bei der Rutsche. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe einfach Angst. Nein. Da bin ich so klein. Na dann weiter, komm. Dann gehen wir diesen Weg. Dann geh mal vor. Ich habe Angst. Oh mein Gott, das tut es mir. Ich habe Angst, dass es auf den Weg macht. So. Ich bin jetzt. Wie ist das? Auf. Auf haben wir das Schachstück so. Doch. Da fangen wir wieder runter, aber wir wollen ja nicht runter, gibt es eine große Rutsche Hier ist die große Rutsche, komm lass mal hingehen, hier ist eine große Rutsche, aber da müssen wir mal gucken, nein guck mal hier müssen wir hoch, hier ist dunkel Wo ist die große Rutsche? Die große Rutsche ist dahin Wie komm ich dahin jetzt? Man muss da hoch und dann hier links, dann müssen wir ein bisschen, danke euch Dann muss man wieder hier hoch, hier hoch, super, ich danke euch Gut, danke Oh, die ist nicht so, ne? Ne, weil wir haben noch so einen Endospielplatz, das ist ein längerer Na, dann wollen wir trotzdem Auf die Plätze, oh Au Alles ok? Ja Ok Aber nicht hier hoch geht es auch hinein Aber du musst dann bremsen So, dann gehen wir weiter Wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Vielleicht Bälle bestimmt Und jetzt noch nicht drücken, wenn es jetzt ausgeht Erstmal musst du rein tun, die Bälle Boah, guck mal, da oben sind ja Kanonen Und jetzt drücken, jetzt komm Will nicht Ist ok, lass mal gehen Komm, wir gehen Guck mal, da oben sind die Kanonen Guck mal, da oben sind die Kanonen Ja, komm, jetzt komm, du passt von da oben Sofie, jetzt kannst du mit den Kanonen schießen Ok, mit den Kanonen, aber wir brauchen Bälle Ja, drinnen sind Bälle Ja, drinnen sind Bälle Ach so, bitte Ja Hä? Musst du mehr rein? Guck mal Ja Oder nur ein ich versuche auch einmal so hier rein zwei bälle und dann knäppchen und schon wieder durch so eine walze ja 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 Das ist wirklich falsch. Okay, wir spielen jetzt Fang. Wir spielen jetzt Fang, okay? Okay. So, warte mal, okay. Dann machen wir kurz mal Stopp. Sophie, machen wir kurz mal Stopp, ja? Und dann drehen wir vielleicht später noch ein bisschen weiter. Okay, bis gleich. So, und jetzt wird es sehr dunkel. Wir gehen ins Bälle-Bar. So sehen die Bälle aus und es ist mit LED-Lichtern beleuchtet. Ihr könnt mal gucken, wenn ihr wollt. Es ist so grün, gelb beleuchtet. Und da sind viele Bälle, meinst du dann, ja? Ja, ich kann nicht. Jetzt sind wir voll rein. Wow. Wow. Meine Toe. Wee! 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 Das war's für heute. Baby, you give me ice and pie You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me real light You whip up my appetite Don't leave me here high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby And drink myself better spite Don't wanna overthink it, baby Just drink your mind Puff Dann müssen wir uns verabschieden, aber wir haben noch eine kleine Überraschung Panda! Und alles kostet ja hier 2 Euro und ich habe zufällig 1 Euro und 1 Euro, das ist zusammen 2 Euro Und was nimmst du dir denn raus? Hier sitzt ein Bärchen zufällig, aber nein, was hab ich zuhause, was hab ich zuhause Okay Schau mal, das ist auch gut, weil dann kannst du das anbanken, dann kannst du das so aufbauen Oh, das sieht gut aus Popping Ja Du hast zum Beispiel so einen Käse und dann wenn du den Käse kriegst, kommt so eine Maus raus Aha, okay Aber was für einen Beispiel Na dann, na dann kauf Es kostet 2 Euro Erstmal 1 Euro Ja, dreh mal und dann musst du noch 1 Euro Noch 1? Ah nee, warte mal, wir haben falsch Du brauchst ganze 2 Euro Oh 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 Hat 1 Euro gekostet Hat 1 Euro, komisch Na ja Na ja, umso besser Oh ja, wie ist das? Okay, das sieht aus wie ein Planet irgendwie, Schatten Oh Oh Okay, was wird das sagen? Ein Alien Zeig mal Oh Ein Alien Na gut Dann Sofie, da müssen wir so langsam Also dann Sofie Tschüss Nein und Abonniert meinen Kanal, drückt den Daumen hoch und drückt die Glocke Und tschüss Tschüss Wartet Musik Sofie Folsom ... Taking Ms